Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf unter Bilk. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nublierten Wohnung liegt bei ca. 28 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 680 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Oder unter Untertitelung des ZDF für funk, 2017